Musik Hey liebe Leute, ich bin's mal wieder, euer Gleximax und heute zeig ich euch, wie man auf der neuen Map Morph the Dead in Tormark bekommen kann. So, als erstes müsst ihr diesen Hund einfach fütten, es sind ungefähr 10 bis 11 Tombis, dann geht der Kopf auch schon wieder weg. So, der nächste Zombie ist ein Stock tiefer unter dem Dach, den auch wieder 10 bis 11,12 Zombies füttern, dann ist er auch schon wieder weg. Dein nächstes unten rechts bei Jagannock, den auch wieder füttern, 10 bis 11,12 Zombies, dann ist dein Kopf auch wieder weg. So, da geht der einfach unten beim Keller und wie ihr sehen könnt, ist er schon der epische Tormark, ne, echt geiles Ding. Ich danke für Treyarch, Alter, echt, das ist so geil die Map, vielen, vielen Dank und ich sage jetzt mal Peace.